Oh, fuck yourself, Gisnerka. Du darfst, du darfst die Peinlichkeit nicht zulassen. Ja, es ist aber voll bitter. Ja, ich weiß. Ich weiß, was du meinst. So, ich hoffe... Oh, ich erst mal in der Aufnahme gerade. Vielleicht sollte ich auch mal die 64-Bit nehmen von Open Broadcast. Vielleicht solltest du das tun. Vielleicht wäre das besser. Wie könnte ich das? Überleg gerade die ganze Zeit. Warte, müssen wir noch mal kurz essen. Bro, alles ist leer. Das hört euch auf. Ja, geil, die Runden, wo ich jetzt mal wieder gut war, die können wir jetzt wieder wegwerfen, ne? Das ist zwar klar. Ja, ich stelle jetzt 1080. Ja, was aufgenommen ist aufgenommen. Also aufgenommen habe ich es auf jeden Fall. Wenn ich noch irgendeine Möglichkeit finde, die Qualität hochzuschrauben. Ich habe es gemacht. Ich mache jetzt mal 1080. Ich gucke jetzt mal, wie das läuft. Sollte mir der PC durchbrennen, du weißt, was es los ist. Ist dein PC so kacke? Er ist halt schon alt, man. Ich habe den jetzt echt schon... Seitdem ich... Ich glaube, ich habe den jetzt schon viereinhalb Jahre. Ach doch, scheiße. Dann ist der fast zu alt wie mein Laptop. Okay, ja. Aber du musst dir überlegen, aber auch noch, wie gut er dann dafür ist. Jetzt mal auch scheiße. Also, dass ich noch Battlefield 4 so gut spielen kann und alles. Okay, ich habe so gehört. So. Stream Vorschau. Ich weiß jetzt gerade die ganze Zeit krampfhaft, ob alles stimmt. Ob es auch auf die richtige... Ob es auch auf die externe aufnimmt. Weil ansonsten ist mein Zegler jetzt wieder voll am Sack. Ich weiß was. Hm? Das war meine Formulierung. Am Sack. Ich hoffe, dass die Lautstärke stimmt, weil da habe ich... Ich habe ja jetzt... Das ist ja wirklich jetzt eine total... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Ich gucke, ob es besser wird noch. Hey, wir sind besser als die, weil wir haben jetzt schon den Punkt angenommen. Ja, geil, Alter. Aber es war eh klar, dass wir besser sind. Ne, Alter. Ich glaube, bei mir leckt es zu hart. Ja, guck halt mal, ob du da noch irgendwas rumstellen kannst. Okay, ich geh mal hier kurz auf K. Okay, ich glaube, das ist kein Gegner, worauf ich gerade geschossen habe. Oh, Sibyl. Ne, wird wohl kein Gegner gewesen sein. Ja, einfach mal ein volles Magazin Airburst auf... ...die Luft geschossen. Aua, aber da war ein Gegner. Ach, Mann. Oh, nice. Oh, nice. Two in a half revive. Oh, Tod. So, ich werde jetzt einfach mal auf 720p wieder runtergehen. Vielleicht läuft es ja jetzt über die 64-Bit-Version schon besser. Kann ja sein. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal wieder dann durch die Aufnahmen jetzt Content. Ja. Auf jeden Fall, Hauptsache Content. Egal, wie schlimm er aussieht. Nein, Spaß. Das ist so, wenn ich mal hier echt richtig scheiße ist, das Ganze ist ja klar. Wow, was war das für ein Noob. Da hast du ein Medikit. Ja, warte. Ich habe es gefangen. Geh vor. Da ist der Support. Ich gehe mal hier über. Ja, das ist sehr ratsam, was da oben alles los ist. Aua. RPG. Direkt von links. Hab dich. Oh, wieder dieser RPG-Glixer. Ich musste mich zurückfallen lassen. Moment. Ich kann gleich ausschließen. Scharf. Nice. Ich bin tot. Oh, fein. Ich bin auch tot. Ja, alles fürs Team gemacht. Fürs Team gestorben. Wenn wir jetzt entschärfen. Dann ist mein Team. Ja, es ist gerade niemand dran. Von uns. Es sei denn, die sind behindert. Alle. Ich bin behindert. Hörst du das? Ich hab verloren. Oh, ich wurde gesniped. Bild dir was auf deine Fähigkeiten ein. Leid zu begeistert bitte. Ok. Prozent Neues auf die Distanzen hat schon was von der Kaufer ab dem Job geschlossen auf der habe ich auch geschlossen der weit weg das stimmt auf scheiße ich bin dort schon wieder vor allemal da ich habe gerade kommen aber auch direkt ein paar neben mir ich hab den nicht bemerkt was gerade also ist doch in die Luft gegangen ich weiß nicht ob es von mir war aber hochgegangen was ich gesehen habe es auch bemerkt in der ersten Aufnahme die gemacht habe gibt es kurzen Farbfehler sie dir aufgefallen ich weiß nicht ich glaube ich habe noch sowas in Erinnerung aber ich weiß echt nicht wo dran das lag hm wir haben den Sprenglampf als Einsatz für die Alpha angebracht ich fand es aber sehr witzig dass sowas zustande gekommen ist oh fuck Alter Airburst von oben ich hab ihn ooooh mann ey ich sterb nur noch also ich merke schon performance technisch ist es jetzt schon ein bisschen härter gerade mit der 64 Bit? wie merkst du das? weniger Filter oder wie? weniger FP hier? meine Bildrate sind ein ganz kleines bisschen eingebrochen das ist nicht viel aber es fällt mir halt sofort auf ich merke das jetzt halt vor allem beim Aim wir leben schon in verdammt verschiedenen Dimensionen du so mit Qualität versuchen zu halten und ich so mit 4k ja 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 oh shit bei mir war heute noch tatsächlich nach dem Tag gestern kein Kater da geil und was war ich war nicht müde und ich hab eigentlich gut gearbeitet aus meiner Hand hm also ich hab damit echt keine Probleme und mein Vater meint wenn ich das auf Dauer mach wird sich das summieren und dann wird es mir irgendwann doch schwerfallen aber auf jeden Moment läuft's hm und never touch a running system ne ja also go for it aber nein 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 wir nehmen wir den B wir nehmen B oh fac hab ihn Was? Etikett legt. Hier, Muni legt auch. Drop ammo, you fucking retard. Und so. Vor das wieder kommt. Ich kann ein bisschen hier über den Felsen drüber... Wow, Granate. Bin tot. Kriegst du mich? Ja, müsste ich... Wo liegst du? Oh Gott, wo liegst du? Ja, eigentlich direkt vor deiner Schnauze. Nee, da ist keine Leiche. Auch kein Revive-Icon oder sowas. Nix. Okay. Ich rush mal kurz. Wohin ist das der Modus, den nüfft. Ich zieh nach. Nein, ich bin tot. Ich hab mich relativ ungünstig postiert. Ich mach scharf. Oh fuck, ich bin tot. Achse. Perfekt. Achtung, da kommt einer, ja. Und da hat's noch einer von rechts. Von rechts kommt auch noch einer. Beide. Nice. Sicher. Sicher. Achtung. Sicher tot. Ich hatte drei Leben, was soll ich tun? Du musstest mich quasi anfurzen. Das hätt' gereicht. Welch eine wunderbare Metapher. Oder anhusten oder anschluckaufen oder so. Moment mal, anschluckaufen hab ich mir grad ausgedacht, das Wort, oder? Ey, das kann gut sein, ja. Wow, ist irgendwie gut. Und ich bin mittlerweile sogar wieder positiv. Ausgesnippert. Kriegst du mich? Wo bin ich so... Ah, oh Gott. Ähm, könnte sein. Ich versuch's. Nein. Sorry. Ähm, heute lad ich die nächste Folge hoch. Soll ich wieder Battlefield hochladen? Oder die verkogste Trialsaufnahme? Mach Battlefield, oder? Ja, Trials wollte ich machen, falls ich kein Battlefield mehr hab. Ja, Trials wollte ich machen, falls ich kein Battlefield mehr hab. Beziehungsweise, ich muss noch einen Trials Thumbnail erstellen. Wobei, flügt. Schon aus, wenn ich meine Thumbnails, ne. Ich muss mal echt hart studieren für. Ah ja, ist schon... Ey, was hältst du davon? Ich ändere meinen Studiengang von Maschinenbau auf Thumbnail-Editor, oder so. Ah ja, das klingt nach einer Sache, die es total gibt. Ich hab B scharf gemacht. Nein, meine Deckung wurde zerstört. Ey, aber Cobalt Fusion ist echt voll cool. Oh, ich bin tot. Sie sind dran. Sie sind ein B. Er kriegt. Oh man, der hat's grad geleckt. Oh man. Oh man. Kann nicht mit Lacks noch so gut sein. Das weiß ich auch nicht. Oh fuck. Fuck 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 fuck. Wie kann ich überhaupt positiv sein mit Lacks? Hey, ich bin auch fast positiv. Mit Lack. Yeah. Nein. Mh. Mist. Ich dachte halt, dass da hinter der Wand einer steht. Oh man. Oh man. Das hätte funktionieren können. Ey, ich kann doch noch während der Aufnahme essen. Warte mal. Und ich muss noch das... Oh, geil. Geil. Mein Kinderriegel ist mal wieder gespolst. Mh. 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 Na, für diesen Revive bin ich gestorben. Du bist ein Held. Ich verleihe den Ordner in der Aufwehr. Danke. So wie ihr seufzt bis zu guter Letzte oder so irgendwas. Auf jeden Fall war das keine besonders gute Aktion. Fuck. Alter, wie mich das gesnippere schon wieder voll ankotzt. Ich sag dir, der Ton bei mir in der Aufnahme wird nie und nimmer passen. Hallo, ich brauche Hilfe hier drüben. Help. Nein, ihn zu haben. Oh. Ich bin tot. Oh. Oh. Überlieg ich das? Ne, das überliebig ich nicht. Bist. Fuck. 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 Bist du behindertfangen zu rufen während ich trink? Hallo, da kann man sich ernsthaft zu Verletzungen... Woher soll ich das wissen, verdammter Scheiße? Woher soll ich das wissen, verdammter Scheiße? Hallo, da kann man sich voll ernst zu Verletzungen zufügen, wie verschlucken, ersticken, verluften. Keine Ahnung, halt irgendwas so in die Richtung. Also nix angenehmes. Ich mach Schaaf. Oh, scheiße Schaafschütze. Ich bin... tot. Ich hab ein Hausdach eingenommen. Okay, die Cobalt Fusion hat nicht so funktioniert. Aua, bin tot. Ich wurde gesnipht. Game on. Einsatzziel zerstören. Alter, Leute, merkt ihr nicht, dass euch das Snipen nix bringt? Seid ihr so aufs Gehirn gefallen bei der Geburt oder wie rausgepresst und direkt flutsch auf den Kopf drauf? Es bringt ihnen eindeutig Kills. Ich weiß nicht, wie auf die ich jetzt schon gesnipen wurde. Wobei, so oft war es gar nicht. Das ist meistens das Niederhaltungsfeuer, was mir auf den Sack geht. Und dann ist alles verschwommen. Du hast Probleme. Stop crying. Okay. Boah, geil. Hier ist ja auch wieder so ein richtig schön platziertes M-Com gewesen, was im zerstörten Haus war. Wow. Diese M-Coms lieb ich. Was hat denn der für eine Waffe gehabt? Oh. Kannst du das nachgucken. Das war ein geiler Spawn. Bist du bei mir gespawnt oder wie? Nice. Hast du auch die Rakete in die Fresse bekommen? Nee, von der bin ich nicht direkt gestorben. Eher von dem, der dann direkt noch hinten dran stand und gechillt hat. Oh, okay. Das war geil. Das war richtig. 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 Ich habe euch, du kleiner mieser Witze. Oh, der hat mich. Oh, Alter. Man, ich komme einfach nicht mehr voran. Ich mache keine Kills mehr. Ich sterb. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gefragt habe, aber bin ich generell leise, wenn ich so mit euch rede? Immer noch nicht. Okay, das habe ich schon mal gefragt. Oh Gott. Ah. Das kann nicht. Das kann nicht. Das ist unmöglich. Ja, da stehen sie halt überall. Ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt. Ja, ich auch. Oh, ich bin tot. Ich habe zumindest bei dem einen Felsen aufgeräumt. Wir müssen jetzt halt nur gucken, dass die nicht genau wieder an die Stelle hinrennen. Ah. Alter, das ist unmöglich mit diesem Fuck Nova. Ich schnappe die ganze Zeit. Ich fühle mich lustig, Mama. Der hat einen YouTube-Channel, so wie es aussieht. Hm? So wie es aussieht, hat er einen YouTube-Channel. Wenn ich dem Gespräch richtig folge. Ich auch. Oh mein Gott. Oh Gott, Alter. Ich habe keine Chance. Flaschiges Rumgesniper. Ich muss mal diese ganzen kleinen YouTuber kennen. Genau. Ey, kannst du mal in den Chat, im Chat zu tun, als wärst du ein Fanboy. Nee, irgendwie nicht, Alter. Muss ich jetzt mal snipen gerade. Okay. Wäre aber voll cool, weil wir auch den gleichen Clan-Tag haben und so. Das ist voll obvious und so. Hm. Oder lass mal Werbung im Chat machen. Nee, einer ist voll die Muschi-Tag-Tag. Da hab ich schon lange nicht mehr gesniped. Oh man. Oh man. Oh man. Ich dachte mir noch auf der Mini-Mapur, wo ich in der Tür. So viel. No. 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 Leute, ich will ja wirklich nichts sagen, aber wir sollten reinnehmen. Ja, ich weiss. Aber die Stage ist richtig hart. Haben wir keinen Tank oder irgendwas so was? Nov. Das ist doch okay. Hey, C4 mit dem Falsch, ja. Ja, das macht auch dieser Nova, die ganze Zeit, ich weiß es nicht. Also wenn der einen YouTube-Channel hat, dann lass den mal Disч- reagieren. Nein, man. Doch, das ist mir zu anstrengend Elman ohne Scheiß guck dir mal die Kacke an, ich hab 14,20 das ist einfach nur lächerlich das ist einfach nur lächerlich so scheiße wie das hier läuft wir rushen die ganze Zeit durch und dann bleiben wir ich hab einen Rushpunkt komm aber mit mir Jo ich bin Scharfschütze ich mein ja ich komm aber weg dran das ist wird extrem nützlich zumal ich nicht einer von den Scharfschützen bin der auch auf andere auf geringere Distanz nützlich sein kann ja ich glaube ich hab unserem Team ein bisschen geholfen wow AC4 am M-Komm nice one okay das war auch dumm ja B ist hochgegangen das war auch dumm ja 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 in der ecke schimmel die auch gut zu wissen es ist die letzte stage ja oder ja nicht mit mir du kleine miese bist du nicht von hinten nein ich war so knapp davon der typ ist männlich das ist der tipp hat richtig kleine Eier in der Hose Nein ich dachte ich bin Mister Sneaky da oben irgendwie feiern die den alle voll ich finde den irgendwie scheiße von der spiegelweise her so ein richtiger Noob wie am Lehrbuch steht irgendwie also so noobige spiegelweise aber ist der troll halt auf Leute wir haben 40 Tickets jetzt muss was kommen oh verdammt Scheiße das hat ganz gut geklappt hmm hmm in diesem einen fuckhaus vorbei das ist unser Problem von dem wurde ich jetzt auch schon die ganze Zeit gekillt boah nice na gut ich pushe gerade ja schlecht Männers ich würde sagen ich mach Schluss weil ich muss auch noch duschen fällt mir grad auf und dann noch schlafen ach schlafen ja ich muss im Gegensatz ich gehe im Gegensatz zu dir Geld verdienen ja hey das klingt so wie als wäre ich ein Hartz 4 Empfänger ja bist du nein bin ich nicht aber fast ich mein Abirum und so halt ja naja ähm und ich würde sagen damit beende ich die Aufnahme vor allem mal eine kurze spontane Aufnahme mal gucken ob es was wird und oh halt ne falsch auf den Kopf jetzt ich war Vielen Dank.